Um Ihre Newsletter-Abonnements zu verwalten, gehen Sie bitte auf Ihren Namen und wählen Sie Meine Newsletter aus. Hier sehen Sie, welche stete Newsletter Sie abonniert haben, in unserem Fall Berlin und Berlin Spezial. Um ein Abonnement zu löschen, klicken Sie bitte auf das X neben der Stadt, die Sie löschen möchten. Um ein anderes Abonnement auszuwählen, klicken Sie bitte auf Abonnements auswählen und dann auf die jeweilige Stadt oder die jeweilige Kategorie. Sie möchten keine E-Mails mehr von Groupon erhalten? Klicken Sie bitte auf Alle Groupon E-Mails abbestellen. Zum Schluss einfach Speichern klicken und fertig.